Für mich zählt das Wort ein Handschlag, glasklare Entscheidung und Werte wie Liebe, Respekt, Anerkennung und Freundschaft. Jeder erhält das, was er gibt. Die meisten Menschen denken an das, was sie nicht haben wollen. Wenn sie den Fokus darauf richten, was sie haben wollen, dann werden sie auch ihre Ziele erreichen. Wenn dein Ziel klar ist, ergibt sich der Weg dorthin von selbst. Den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich finanziell abzusichern. Gold in kleinen Stückelungen schafft das, was ein Papier nie schaffen kann. Es ist unvergänglich. Gold gibt es seit 5000 Jahren und ist seit 2800 Jahren die Weltwährung. Geld ist wichtig, aber für erfolgreiche Menschen zählen andere Werte. Der Mensch steht im Vordergrund geben und nehmen. Es bewegt mich jedes Mal, wenn ich Menschen sehe, die mit Karatbars ihr Leben verändert haben. Hier in Stuttgart habe ich meine Wurzeln und ich fühle mich mitverantwortlich, dieses Land weiterzuentwickeln. Ich lege Wert auf Qualität, Kontinuität und eine funktionierende Infrastruktur. Wir haben uns sehr lange mit dem Thema Versand beschäftigt und haben zusammen mit FedEx ein extrem sicheres System entwickelt. Seien Sie ehrlich zu sich selbst, dann kommt der Erfolg von ganz allein. Herzlich Willkommen zur Firmenpräsentation von Karatbars International. Die nächsten 25 Minuten können möglicherweise die wertvollsten Minuten Ihres beruflichen Lebens sein. Ein kleiner technischer Hinweis vorweg. Wenn Sie eine langsame Internetleitung nutzen, sollten Sie während der Präsentation andere Programme wie zum Beispiel Skype, Outlook und ähnliche Programme schließen. Wenn die Präsentation zu leise klingt, stellen Sie bitte Ihre Lautsprecher lauter. Thema dieser Präsentation ist der Aufbau eines lukrativen Zusatzeinkommens oder einer zweiten Existenz bei freier Zeiteinteilung von zu Hause aus und ohne klassischen Verkauf. Dieses Konzept ist erfolgserprobt und kann von jedem sofort eins zu eins umgesetzt werden. Sie brauchen keinerlei Vorkenntnisse und Sie müssen auch kein Internetprofi sein. Wer ist Karatbars International? Karatbars wurde 2011 von Harald Seitz in Stuttgart gegründet, wo sich noch immer der Firmensitz befindet. Bereits 2012 wurde die weltweite Expansion in Angriff genommen und wir sind stolz, heute in mehr als 120 Ländern dieser Erde Kunden mit unseren exklusiven und hochwertigen Goldprodukten zu begeistern. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. 100 Millionen Euro Umsatz in den ersten fünf Jahren bei jährlichen Steigerungsraten von 30 Prozent. Karatbars ist spezialisiert auf die Produktion von 1 Gramm Gold Karatbar, die wir auch in Form von Branding und Sammlerkarten anbieten. Somit ist Gold für jedermann verfügbar und vertrieblich attraktiv. Um den globalen Aufbau voranzutreiben, haben wir weitere Unternehmen in Dubai und Singapur gegründet. Um so schnell und effizient auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren zu können, wollen wir in Zukunft so nah wie möglich bei Ihnen sein. Weltweit. Harald Seitz, Motor und Lenker des Unternehmens, verfolgt eine klare Vision. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Goldbarren von höchster Qualität möglichst vielen Menschen zu einem erschwinglichen Preis zugänglich zu machen. Mein Ziel ist es, Millionen von Menschen aus dem derzeitigen Schuldensystem zu befreien. Sie werden heute erfahren, wie Sie mit unseren Marketing-Tools und der Hilfe des Internets grenzenlos in über 120 Ländern dieser Erde ein beachtliches Einkommen erwirtschaften können. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie Leuten auf der ganzen Welt dabei helfen können, Ihr Papiergeld in Gold zu tauschen und wie Sie dabei auch noch hervorragend verdienen. Wenn das genau Ihr Ding ist, zeigen wir Ihnen auch gerne, wie Sie mit etwas mehr Einsatz eine neue Karriere bzw. Existenz aufbauen können. Erfahren Sie, warum es in unserer heutigen verrückten Zeit für jeden wichtig ist, ja sogar überlebenswichtig sein kann, ein zweites Standbein zu haben, um unabhängig zu sein und etwas auf die hohe Kante zu legen. Und wir zeigen Ihnen, was es für ein böses Erwachen geben kann, wenn wir uns zu blauäugig auf den Staat und auf Papiergeld verlassen. Made in Germany bedeutet für uns nicht nur, eine Postadresse in Deutschland zu führen, sondern die höchsten deutschen Standards in Produktqualität, Verkaufskompetenz und Transaktionssicherheit einzuhalten. Wir halten nichts von leeren Versprechen. Wir alle wollen mehr Geld verdienen und sogar wohlhabend werden. Wir streben nach einem besseren Leben. Wir alle möchten Spaß am Leben. Das funktioniert jedoch nur, wenn wir privat und beruflich erfolgreich sind. Beides ist eng miteinander verbunden. Die meisten Ehestreitigkeiten, viele Depressionen und Verzweiflungstaten haben oftmals finanzielle Ursachen. Ohne Geld fühlt man sich nicht frei und unter Druck und darunter leidet meist auch das private Glück. Sie haben gewiss auch viele Wünsche, die Sie sich im Moment leider nicht erfüllen können. Eine schicke Wohnung vielleicht oder ein neues Auto, tolle Reisen, ein gefülltes Bankkonto oder einfach ein paar Euro mehr, um etwas entspannter zu leben, ohne finanziellen Druck. Vielleicht wollen Sie ja auch Ihr eigenes Business, ohne Chef, ohne feste Arbeitszeiten, mit der Freiheit dann und dort zu arbeiten, wo Sie wollen und mit wem Sie wollen. Wenn das so ist, dann sind Sie hier heute auf jeden Fall goldrichtig. Karatbars bietet Ihnen Zugang zur finanziellen Sicherheit und Unabhängigkeit durch ein Geschäftsmodell, das unabhängig von Wirtschaftskrisen, Währungen und Grenzen ist. Eine zusätzliche Absicherung in Krisenzeiten. Denn wer Gold hat, hat immer Geld. Was ist mit Ihrer Zukunft? Wenn Ihnen diese Fakten zusagen, dann können auch Sie heute den ersten Schritt in eine neue, goldene Zukunft gehen. Welche Komponenten benötigen Sie, um erfolgreich zu arbeiten? Ein Top-Unternehmen und Management, das wir Ihnen bereits vorgestellt haben. Einen großen Markt und eine erfolgserprobte Strategie, um diesen zu bearbeiten. Das erläutern wir Ihnen gleich. Außerdem sind Sie in der glücklichen Lage, bei Karatbars mit einem der werthaltigsten Produkte der Welt zu arbeiten. Ein Produkt, das über eine 5000-jährige Tradition verfügt. Welches andere Produkt kann das von sich behaupten? Und natürlich brauchen Sie ein Top-Einkommenssystem. Wir werden Ihnen am Ende unser einzigartiges Partnerprogramm und den Erfolgsturbo unseres Affiliate-Dual-Einkommens vorstellen. Schauen wir uns zunächst den Megamarkt Gold an. Die Geschichte des Goldes ist über 5000 Jahre alt. Schon in der Antike war es ein bedeutender Rohstoff. Seit 2800 Jahren wird Gold immer wieder als Zahlungsmittel genutzt und für den Handel eingesetzt. Damit ist Gold die älteste Währung der Welt. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die für Gold sprechen. Betrachten wir die hier aufgeführten. Im Jahr 2008 hat die Krise mit der Immobilienblase begonnen. Das bedeutete, dass die Banken ihre Kredite abschreiben mussten. Neues Geld musste gedruckt werden. Eine solche Krise in Europa und in den Vereinigten Staaten kann zur globalen Inflation führen, die eine schnelle Wertminderung des Geldes verursachen könnte. In der EU wachsen die Probleme stetig. Zuerst benötigte Griechenland Rettungsleistungen, dann Spanien und danach Portugal. Wie lange geht das noch gut? Der Goldstandard, der die Währung an den Wert von Gold koppelt, wurde in den USA 1873 eingeführt. Richard Nixon beendete 1971 die Verknüpfung des Dollars mit dem Gold. Wer Gold besitzt, hat immer Geld. Eine Aussage von Alan Greenspan, ehemaliger Chef der Federal Reserve Bank. Mit Gold in kleinsten Einheiten bleiben sie immer flexibel. Man muss sich auch die Frage stellen, ist unser System überhaupt noch zeitgemäß? Warum leben so viele Menschen in Armut und warum sind andere so unsagbar reich? Was glauben Sie? Wird Geld an Wert gewinnen oder eher verlieren? Noch nie hat eine Währung über einen längeren Zeitpunkt ihren Wert halten können, geschweige denn steigern. Im Gegenteil. Jeder einzelne Euro wird immer weniger wert und es kann auch gar nicht anders sein. Es liegt am System. Allein in Deutschland ist der Staat mit über 2 Billionen verschuldet. In ganz Europa sind es 9 Billionen und in den USA sogar mehr als 17 Billionen. Aber das sind nur die offiziellen Zahlen. Die implizite, das heißt heute noch nicht sichtbare Staatsschuld, liegt noch viel höher. Schauen wir uns auch die Vergangenheit an. In der rechten Spalte können wir sehen, wann welche Länder Insolvenz gemeldet haben. So könnte nun ein neues System aussehen. Karatbars Gold als alternatives Zahlungsmittel. Was noch vor ein paar Jahren nur eine Vision war, ist mittlerweile Realität. Karatbars nutzt das älteste Zahlungsmittel der Welt. Immer mehr unserer Affiliates, die eine Firma oder ein Geschäft besitzen, akzeptieren Karatbars Gold. Ja, es gibt bereits Karatbars Cash Gold mit integriertem 0,1 Gramm Goldbarren. Er wird im Laufe des Jahres 2016 durch 0,2, 0,4 und 0,6 Gramm Karatbars Cash Gold ergänzt. In Zukunft werden noch 1 Gramm, 2,5 Gramm und 5 Gramm Cash Gold dazukommen. Mit Karatbars Cash Gold bezahlen Sie sicher und bequem in teilnehmenden K-Exchange-Shops und ab 2017 auch online per App. Bitte verstehen Sie uns nicht falsch. Cash Gold soll und kann die aktuellen Währungen nicht ersetzen. Wir wissen jedoch nicht, was mit den Papierwährungen passiert. Im schlechtesten Falle können die Menschen dann auf das älteste Zahlungsmittel der Welt zurückgreifen. Somit helfen wir den Menschen und unterstützen die jeweiligen Regierungen in mehr als 120 Ländern. Immer mehr Experten empfehlen, tauschen Sie einen Teil Ihres Geldes in Gold um. Und genau hier liegt das gigantische Potenzial von Karatbars. Denn bisher konnten sich die meisten Menschen Gold gar nicht leisten. Karatbars bietet kleinste Barren, sodass jeder sein eigenes Gold erwerben kann und durch die sofortige Verfügbarkeit seine Finanzen absichert. Karatbars Produkte sind ein alternatives Mittel für die Sicherheit Ihres Vermögens. Erst weniger als 1% der Menschheit besitzt Gold. Was für ein gigantischer Markt. Schauen wir uns einmal die exklusiven Produkte von Karatbars an. Werbeartikel, Karatbars Fashion und es sind noch weitere Produkte in Planung. Hier sehen Sie die Karatbar Gold Card im klassischen Design. Unser Classic Karatbar zeichnet sich durch verschiedene Sicherheitsmerkmale aus. Das eingravierte Karatbars Logo im Goldbarren. Die forensische Markierung. Die UV-Farbe. Und das Hologramm auf der Rückseite. Dies ist eine Übersicht der länderspezifischen Karatbar. Hier haben wir beispielsweise USA, Irland, Mexiko, Kroatien und Spanien. Weitere Länderkarten werden schrittweise hinzugefügt. Ob für geschäftliche, gemeinnützige oder private Zwecke. Mit der Branding Karatbar können Sie jetzt Ihren ganz individuell gestalteten Karatbar erstellen. Verfügbar sind diese bereits ab einer Karte. Der Special Karatbar als perfekte Geschenkidee. Schenken Sie Ihren Freunden und Liebsten einen Karatbar mit einer besonderen Nachricht. Die Kollektor Karatbar mit verschiedenen Motiven berühmter Persönlichkeiten und Ereignissen für Sammler und Fans. Oder einfach als Geschenk für Freunde. Die 3D Metal Karatbar ist eine hochwertige Karte aus Aluminium. Die filigranen Motive werden mit einem kleinen Laser erstellt. Ein Geschenk für höchste Ansprüche. Offizieller Lizenzpartner ist einer der bekanntesten Fußballvereine weltweit und mehrfacher Champions League Sieger. Real Madrid. Dorna Sports, der Dachverband der MotoGP, gehört ebenfalls zu unseren Lizenzpartnern. Unsere vielfältigen Karatbar besitzen individuelle Erkennungsmerkmale. Das Gold ist in kratzfestem Speziallaminat eingefasst. Auf dem Gold befindet sich eine forensische Markierung, die zu den weltweit höchsten Sicherheitsstandards gehört. Das geprägte Karatbars-Logo befindet sich auf der Rückseite des Goldbarrens. Mit einer Schwarzlichtlampe können Sie die Echtheit der Classic Karatbar überprüfen. Zusätzlich befindet sich auf der Rückseite der Classic Karatbar ein Hologramm. Bei Karatbars bleibt exklusives exklusiv. Der Karatbar-Coin ist die erste Karatbar-Münze mit integriertem Goldbarren. Exklusiv nur bei Karatbars erhältlich. Die einzigartige Pflegeserie von Karatbars mit wertvollen Inhaltsstoffen, wie zum Beispiel 23 Karat Gold, Seide, Kaviar, Hyaluron, Aloe Vera und Red Valley Rose, nähren und glätten die Haut und verwöhnen Körper und Geist. Genießen Sie goldene Aussichten mit den UV-geschützten Sonnenbrillen von Karatbars. Bereits jetzt werden Sie gemerkt haben, dass es sich bei Karatbars International um ein einzigartiges Unternehmen handelt. Schauen wir uns die Fakten noch einmal kurz an. Sie werden mich nun fragen, ist das auch etwas für mich und wie kann ich hier Geld verdienen? Und ob Sie diese Webseite, auf der Sie sich angemeldet haben, anderen Menschen weiterempfehlen können? Ja, ich denke, das können Sie. Das kann jeder. Anmelden ist schon die halbe Miete. Der Rest geht fast automatisch. Jetzt kommt es nur noch darauf an, wie stark Sie sich engagieren und das entscheiden Sie. Lohnt es sich? Lassen Sie uns den Marketingplan, der Ihre Verdienstmöglichkeiten vertraglich regelt, durchleuchten. Um Ihre Einkommensmöglichkeiten zu nutzen, müssen Sie sich zunächst registrieren. Nach der Registrierung erhalten Sie Ihr kostenloses Online-Starter-Set mit eigenem Online-Shop, eigener Landingpage, digitalen Broschüren, Präsentation und eine eigene Karatbars-Seite mit einem Empfehlungslink, den Sie an potenzielle Kunden senden können. Dann kann es schon losgehen. Also, registrieren Sie sich noch heute und starten Sie Ihr Goldgeschäft. Bei Karatbars haben Sie die Chance, nicht nur eine, sondern gleich neun Einkommensmöglichkeiten zu nutzen. Das Double Income Die Direktprovision bzw. den Uni-Level-Bonus Das Double Income ist eine Art Startbonus für Ihre ersten sechs Wochen im Geschäft und ermöglicht Ihnen in dieser Zeit, für den Verkauf durch Weiterempfehlung von 3D Metal Karatbar die doppelte Provision zu erhalten. Über eine Besonderheit des Double Income erfahren Sie später mehr. Für alle direkt empfohlenen Produkte erhalten Sie eine Provision. Je nach Stufe im Marketingplan erhalten Sie zwischen 0,5 und 6% auf Direktverkäufe oder die Differenzprovision auf Ihre Partner. Als Maßeinheit dient ein Punktesystem. Je 2 Euro gibt es einen Punkt. Das bedeutet, 100 Euro sind 50 Punkte. Je mehr Punkte man erreicht, desto höher wird auch die Provisionsstufe. Ab der Stufe Bronze Director benötigt man außerdem noch zwei und dann für den Silver- und Gold Director drei aktive Linien. Über dem Gold Director Elite gibt es noch einen Generationenbonus, um auch weiterhin an den erfolgreichen Partnern zu partizipieren. Zusätzlich können Karatbars-Partner auch noch am weltweiten Umsatz mitverdienen durch den sogenannten Karatbars-Pool. 95 Cent pro Gramm der weltweiten Goldverkäufe werden je nach Umsatz an Sie verteilt. Dieser Pool ist in acht Level aufgeteilt. Bitte informieren Sie sich im Backoffice über die genauen Bedingungen. Für erfolgreiche Partner gibt es zusätzlich den Karatbars-Gold-Fonds, bei dem Ihnen Gold direkt in Ihren Gold-Account gebucht wird. So, jetzt wird es richtig interessant. Es gibt nämlich eine zweite Startmöglichkeit für die Schnellstarter, für diejenigen, die es ernst nehmen und gleich erfolgreich durchstarten möchten. Das sogenannte Dual-System. Um mit dem Dual-System zu starten, benötigen Sie ein sogenanntes Business-Package. Es gibt Bronze, Silver, Gold, VIP, Premium und Premium Professional Packages. Premium und Premium Professional Packages. Die aktuellen Preise finden Sie in Ihrem Backoffice. Der erste Vorteil dieser Packages ist, dass Sie sofort auf die Position des Bronze-Supervisors aufsteigen. Das bedeutet für Sie, dass Sie sofort 1% Provision im Uni-Level-System erhalten. Ab dem Silver-Package erhalten Sie auch Gold geliefert. Deshalb kann der Package-Preis immer etwas schwanken. Nun haben Sie die Möglichkeit, mit unseren Cash-Boxen auch Cash Gold in eigenen Händen zu halten. Das Premium Package und das Premium Professional Package enthält folgende Inhalte. Karatbars Sonnenbrille, Cash Gold, Karatbars Automatik-Uhr, 3D Metal Karatbar, Visitenkarten mit 0,1 Gramm Gold, Profit Cards, Karatbar Coins, Broschüren sowie unseren klassischen 1 Gramm Karatbar. Wir sprachen vorhin bereits über Double-Income als 6-wöchige Startbonus-Phase. Hier folgt die angekündigte Besonderheit. Sie können in dieser Zeit ein Business-Package auch gegen Provisionen aus Ihren Verkäufen der 3D Metal Karatbar tauschen. Für Bronze brauchen Sie hierfür drei Verkäufe. Für Silver 9, für Gold 20 und für VIP 50. Hier können Sie per Klick selbst entscheiden, ob Sie die Provision oder das jeweilig erreichte Package haben wollen. Also zwei Möglichkeiten für Sie, gleich mit dem optimalen Package zu starten. Sie erwerben eines unserer Business-Packages oder tauschen Ihre verdienten Provisionen ein. Für die Weiterempfehlung eines der eben vorgestellten Packages am neue Partner erhalten Sie bis zu 20% Direktprovision, je nachdem, welches Package Sie zum Einstieg wählen. Und das bei wöchentlicher Auszahlung. In den Business-Packages sind auch Bonuskarten enthalten, mit denen Sie neuen Geschäftspartnern oder Kunden einen Rabatt einräumen können. Mit der 100-Euro-Bonuskarte erhält der Kunde einen Rabatt von 100 Euro auf K-Exchange, Branding-Cards und VIP-Packages. Mit der 3%-Bonuskarte erhält der Kunde einen Rabatt von 3% auf alle Goldeinkäufe. Das Beste aber ist der Dual-Team-Bonus. Einfach erklärt bilden Sie zwei Beine oder zwei Teams, ein rechtes und ein linkes Team. Alle von Ihnen und Ihrem Team empfohlenen neuen Geschäftspartner werden auf diese zwei Teams verteilt. Die Umsätze werden in sogenannten Units gemessen und können unendlich in die Tiefe gehen. Ein Gold-Package gibt zum Beispiel 50 Units. Immer wenn in einem Team 50 Units und auf der anderen Seite mindestens 25 Units erreicht werden, erhalten Sie eine Provision. Das nennen wir einen Cycle. Wie hoch die Provision per Cycle ist, können Sie jetzt selbst bestimmen. Buchen Sie ein Bronze-Package, erhalten Sie zum Beispiel 10 Euro pro Cycle. Bei einem Gold-Package sind es schon 60 Euro und beim VIP 80 Euro. Also ganze 8 mal so viel. Die Rechenkünstler unter Ihnen haben bestimmt schon gemerkt, dass es sich richtig lohnt, mit Gold oder VIP einzusteigen, da man schnell ein Mehrfaches verdienen kann. Das Ganze ist erst gedeckelt bei 180.000 Cycles pro Woche. Die einmalige Chance, weltweit an Ihrer Organisation zu verdienen. Hier noch einmal zur Verdeutlichung. Ob Sie an Firmen oder Sportvereine Branding-Cards vermitteln oder neue Geschäftspartner werben oder Ihre Partnern dasselbe tun. Immer wenn Sie 25 und 50 Units erreicht haben, also einen Cycle, erhalten Sie eine Auszahlung. Jedoch maximal bis zu 180.000 Cycles wöchentlich. Durch dieses Dual-System erhalten bereits jetzt schon Tausende von Partnern weltweit ein respektables Einkommen und Hunderte sind bereits finanziell unabhängig. Wann starten Sie mit uns durch? Auf was warten Sie noch? An der Ausschüttung der Pools kann man auf vier verschiedenen Wegen teilnehmen. Genaue Informationen dazu finden Sie im Backoffice. Aber prinzipiell gilt, es fließen 30 Cent für jedes verkaufte 0,1 Gramm Cashgold in den Premium- bzw. Premium-Professional-Pool. 10 Cent gehen in den Premium- und 20 Cent in den Premium-Professional. Zu Anfang wird ausschließlich 0,1 Gramm Cashgold produziert. Im Anschluss werden 0,2, 0,4 und 0,6 Gramm und nachfolgend auch 1 Gramm, 2,5 und 5 Gramm Cashgold dazukommen. Tolle Leistungen müssen sich lohnen. Und das kann man nicht nur mit Geld ausdrücken. Karatbars belohnt seine Partner überdies noch mit exklusiven Incentives. Von der Ledertasche über die Rolex, den Sportwagen, bis hin zur eigenen Villa. Das alles können Sie hier erreichen, indem Sie dieses Geschäft weiterempfehlen, so oft es geht. Und glauben Sie mir, es geht ganz einfach. Im Karatbars Automatik Incentive-Programm ist genau definiert, was Sie dafür tun müssen. Wann wollen Sie den Schlüssel für Ihren neuen Luxuswagen haben oder in die eigene Villa einziehen? Es liegt in Ihren Händen. Lassen Sie uns nochmal alles zusammenfassen. Sie haben einen weltweiten Markt. Wen kennen Sie in anderen Ländern? Mit wem sind Sie bereits über Social Media vernetzt? Das könnte bereits Ihr internationaler Start sein. Sie haben ein riesiges Marktpotenzial, also ca. 7 Milliarden Kunden oder Partner weltweit. Einzigartige Produkte. Gold kennt und begehrt jeder Mensch. Ein finanzstarkes, solides, deutsches Unternehmen. Ein revolutionäres Provisionssystem, das seinesgleichen sucht. Die Möglichkeit, auch nebenbei ein fantastisches Einkommen zu erzielen. Support und Unterstützung. Sie sind nicht allein. Unser Ziel ist es, Menschen auf der ganzen Welt eine sichere Plattform und eine Methode zu bieten, ihr Vermögen in Gold zu verwandeln. Gramm für Gramm oder auch mehr. Was ist zu tun? Registrieren Sie sich noch heute und fangen Sie an, in Gold zu sparen. Ein Gramm, zwei Gramm oder so viel Sie können. Jeden Monat oder wöchentlich. Nutzen Sie die direkte Unterstützung der Person, die Sie empfohlen hat und besuchen Sie Meetings und weiterführende Webinare. So, dann gehe ich mir jetzt mal ins Eingemachte mit euch. Lange genug Vorbereitung gehabt, jetzt geht es hier an die Coins. Kennt ihr die schon? Unsere Coins? Karat Gold Coin, unseren Bank Coin. Schon von gehört? Ich werde euch das mal ein bisschen erklären. Auf der einen Seite haben wir den Gold Coin, den KBC, den haben wir vor einiger Zeit in den Markt eingeführt. Da war ich noch nicht da. Marvin, wann haben wir ihn eingeführt? Im Februar? Mitte Februar haben wir ihn eingeführt. Mit der Idee, einen Coin, eine Digitalwährung zu gründen, die es erlaubt oder wo es erlaubt ist, physisches Gold als Wert zu hinterlegen. Und ich habe schon mit einigen meiner Leute und mit einigen Coin-Experten gesprochen und die haben gesagt, Warte mal, das Ding, also Coins leben ja oft nur von Marketing, das wisst ihr, Bitcoin ja auch. Bitcoin hat sich ja immer so ein bisschen und dann irgendwann wurde es interessanter, interessanter, Marketing gemacht, Bitcoin groß geworden. So, zack. Was passiert mit einem Coin, wenn kein Marketing passiert, wenn nicht mehr über den Coin gesprochen wird? Genau wie bei jeder Währung, fällt runter. Richtig? Und alle Experten sind sich einig, bei unserem Coin, meine Güte. Selbst wenn der Schwankung hat oder runterfallen würde, dann fällt er doch maximal auf den Goldwert, den er hat. Weil jeder kann sich ja von jedem Coin den Goldwert wieder auszahlen lassen bei uns. Also Null kann das nie werden. Haben wir ein paar Leute aus dem Investmentbereich da? Wenn du im Investmentbereich tätig bist und etwas verkaufen kannst oder etwas hast, was nie auf Null fallen kann, ist das gut oder schlecht? Ist eher gut, ne? Kann man drüber sprechen, richtig? Das sagen auch alle anderen Experten, die sagen, meine Güte, das ist ein Coin, ein digitales Produkt, was eigentlich nie auf Null fallen kann. Wir sind zur Zeit gelistet bei HitBDC und ab 15. August, CoinSuper? Diesen Monat. Auf HitBDC sind wir schon gelistet, CoinSuper kommt auf jeden Fall diesen Monat noch. Wir haben 120 Millionen Euro Investment, bereits 500.000 Kunden, die sich für den KBC entschieden haben. Natürlich ist der Coin verfügbar in fast allen Ländern. Und das Wichtige daran ist, wenn jetzt CoinSuper dazukommt, wenn jetzt die zweite Exchange dazukommt, viele haben mich mal gefragt vor dem Meeting, warum ist der Coin jetzt so ein bisschen abgesagt. Im Moment ist es so, dass der KBC zu über 90 Prozent von Leuten wie uns gehalten wird. Und ich wäre ja ziemlich dumm, wenn ich den Coin jetzt verkaufen würde. Richtig? Das heißt, unsere Leute, alle, die mit Karatbars zu tun haben und die Kunden, die mit Karatbars zu tun haben, die wissen ja eins, ich muss das Ding sowieso mindestens ein Mal ja halten. Das heißt, es kann jetzt noch durch diese Leute, die den Coin halten, noch gar nicht viel Bewegung reinkommen. Es sei denn, es passiert Marketing. Richtig? Und dadurch, dass wir jetzt auf HitBDC einer großen Exchange gelistet sind und CoinSuper jetzt dazukommt, haben die beiden Exchanges gesagt, wir wollen ja mehr Mitglieder haben. Wir wollen auf unsere Exchanges, auf unsere Börse aufmerksam machen. Wir leben durch Mitglieder. Dann versuchen wir doch mal einen Coin zu finden, der interessant genug ist, dass man darüber sprechen kann. Und wisst ihr was? Wir haben eine sehr gute Situation geschaffen mit Marvin, dass wir gesagt haben, HitBDC, wenn du uns listest, rede doch über unseren Coin. Dann kriegst du mehr Mitglieder. Naja, wir könnten das mal machen. Ach, by the way, wir sind auch noch auf CoinSuper im August gelistet. Die wollen darüber sprechen. Die wollen nämlich mehr Mitglieder haben. Was meint ihr, was dann HitBDC gesagt hat? Och, wenn die das machen, dann machen wir das vielleicht auch. Was passiert, wenn beide großen Exchanges mit über 40 Millionen Mitgliedern Marketing für unseren Coin machen? Ist das gut oder schlecht? Das ist gut, das ist gut. Nein, das ist nicht nur gut, das ist geil. So. Hallo. Warum ist das geil? Weil, wenn viele Mitglieder über diesen Coin erfahren und dieser Coin es wert ist, dass man darüber spricht, geht was mit dem Preis? Nach oben. Wer von euch hat nochmal KBC? Fändet ihr das gut, wenn der Preis nach oben gehen würdet? Mhm. Ich auch. Wir schätzen so, Marvin, was schätzen wir nächstes Jahr? Was haben wir gesagt? 1,80 Dollar oder 2 Dollar ist der Anfang des Jahres? Ist machbar. Wie ist der Coin basiert? Smart Contract auf Ethereum-Basis, besichert mit eingelagertem Gold, handelbar gegen bedeutende Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin, konvertierbar in Cashgold an jeder Akzeptanzstelle. Das heißt, dieser Coin ist ein fester Bestandteil unseres Karatbars Ökosystems und natürlich jeglicher anderen Digitalwährung, die da ist. Das heißt, er ist frei handelbar, er ist kaufbar, er ist verkaufbar, wann immer ihr das wollt. By the way, in Deutschland würde ich ein Jahr warten, bevor ich den Coin verkaufe. Sonst habe ich aber nichts gesagt. Als wir gemerkt haben, dass wir haben 12 Milliarden Coins von dem ersten KBC, von dem goldgedeckten Coin aufgelegt, mittlerweile könnt ihr den nicht mehr bei uns direkt kaufen, sondern könnt den nur noch bei HitBDC oder dann in Zukunft bei CoinSuper auf den Exchanges kaufen, haben wir uns gedacht, ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt mit unserer Vision, dass wir die Brücke schlagen wollen zwischen einem der ältesten Währungssysteme Gold, das wird ja nie seinen Wert verlieren, und einem der neuesten Währungssysteme Digitalwährung. Wie kriegen wir denn die Brücke hin? Die erste Brücke war, dass wir den KBC gegründet haben, dass wir gesagt haben, ab mit dem Gold ins neue Zeitalter. Aber was passiert dann? Wer von euch hat denn gehört, dass wir eine eigene Bank haben? Wer von euch hat denn gehört, dass wir die Lizenz für eine 900 Millionen Dollar Goldmine haben? Huh, das ist schon mal gut. Dann haben wir uns überlegt, als wir gesagt haben, okay, wir können den ersten Coin, den KBC, nicht mehr direkt über uns verkaufen, sondern wir müssen das über Exchanges machen, damit der Wert natürlich nach oben geht, haben wir uns überlegt in einem stillen Kämmerlein, hey, wir haben eine Bank, wir haben eine Goldmine, lass uns doch daraus was machen. Zack, war die Idee geboren und haben gesagt, hey, noch viel größer, als nur Gold hinter einem Coin zu hinterlegen, ist doch ein Coin, der auf einem Wertesystem einer Bank aufbaut. Hey, Bank haben wir schon, Goldmine haben wir auch, einfach, machen wir doch einen Coin für eine Bank. Wer von euch wäre gerne an einem Gewinn einer Bank beteiligt? Kennt ihr Banken? Wer von euch ist schon Bank-Mitinhaber? Sehr gut, das ist schon mal ein gutes Zeichen, ne? Freuen wir uns? Ja, Bank-Mitinhaber finde ich gut. Deswegen haben wir gesagt, lasst uns einen Coin auflegen, der aufgrund der Werte und des Einkommens und dem Profit der weltgrößten Kryptobank basiert, nämlich unserer, einer voll lizenzierten Bank in Miami. War das schon eine gute Idee? Ich denke auch, ne? War eine coole Idee. Ich erkläre euch aber ein bisschen was dazu. Die Bank hat 100 Millionen Euro Stammkapital. Ist das schon mal okay? Für eine voll lizenzierte Bank musst du in Amerika 50 Millionen haben, 100 Millionen haben wir, also ist das schon mal mehr als genug. Richtig? Die Bank ist im Besitz einer Lizenz für eine Goldmine in Madagaskar, die mit 900 Millionen US-Dollar an Schürfungsvolumen bewertet worden ist. Das heißt, das, was in der Erde liegt, ist 900 Millionen Dollar im Moment wert. Dadurch, dass wir bereits einen Coin gemacht haben und einen der besten Coins aufgelegt haben mit einem goldgedeckten Wert, haben wir natürlich schon Erfahrung, wie man mit Digitalwährung und Coins umgeht. Also haben wir uns gedacht, wir gründen den neuen Coin als Bankshare. Was ist ein Bankshare? Das heißt, wir haben eine eigene Bank und der Coin profitiert mit allem dem, was die Bank an Profit macht. Das heißt, jeder Coin-Inhaber profitiert durch Anstieg seines Werts dadurch, was die Coin für Gewinne macht. Kennt ihr Banken, die Verluste machen? Ja? Kennt ihr Banken, die Gewinne machen? Auch. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Bank, die Verluste macht und einer Bank, die Gewinne macht? Assets. Das heißt, wie viel an Volumen, wie viel an Werthaltigkeit habe ich selber in meiner Bank? Wenn ich viel Werthaltigkeit in meiner Bank habe, habe ich sehr viel Gewinn. Zweiter Punkt ist, was eine Bank dazu bringt, Gewinn zu machen. Ist was? Gebühren. Gebühren? Gebühren. Wer von euch zahlt Bankgebühren? Naja. Haben wir uns gedacht, ist bei uns auch so, aber wenn dann überhaupt die Hälfte maximal an Gebühren, wie man das sonst von einer anderen Bank kennt. Ist das gut oder schlecht? Ist das attraktiv für Kunden, nur die Hälfte an Gebühren zu zahlen maximal? Ja? Gut. Das heißt, wer von uns ein Coin-Besitzer ist, ist auch gleichzeitig ein Kunde unserer Bank in Zukunft und damit bezahlt er nur maximal die Hälfte der Gebühren, die er sonst zahlen würde. Ist das auch gut? Ist das auch ein Verkaufsargument? Ja, Mensch. So. Machen wir weiter? Hoffe ich. Die Bank existiert bereits? Habt ihr Facebook? Habt ihr gesehen, dass die Bank existiert? Ist ja heute alles sehr transparent. Macht man Facebook live, ist vor Ort, zack, hat die ganze Welt das gesehen. Richtig? So, die Bank existiert, habt ihr gesehen. Ja? Gut. Die Lizenzen, die dahinter liegen, habe ich euch gerade schon erzählt. Ist eine Volllizenz, volllizensierte Bank. Das heißt, wir können bis Kundenkonten, können wir alles machen. Wir können Goldkonten machen, wir können Kreditkarten anbinden, wir können alles machen, das was eine volllizensierte Bank in Amerika auch tun kann. Und wir haben, wie gesagt, ein Stammkapital von 100 Millionen Dollar zur Zeit. Das heißt, wir können auch da alles mit der Bank ausstatten, was wir machen müssen, um die Bank groß zu machen. Auch das haben wir nochmal doppelt. So. Was ist unser Geschäftsmodell der Bank? Aufbau einer eigenen Exchange im Bereich Kryptowährung. Warum machen wir das? Wir wollen eine eigene Exchange haben, um natürlich unsere eigenen Coins zu handeln, aber auf der anderen Seite auch sehr attraktiv für andere Coins zu sein. Wer von euch kennt zum Beispiel eine Exchange, die heißt Binance, schon mal gehört? Das ist im Moment noch die größte Exchange, die es draußen gibt, hat ein Volumen im Moment von 100 Milliarden US-Dollar. Ist das viel oder wenig? Das ist viel, ne? Wenn man also eine eigene Exchange hat und viele Kunden, viele Members drauf hat, ist das gut oder schlecht? Gut. Würdet ihr auf unsere eigene Exchange gehen, um eure Kryptowährung zu handeln? Gut. Genauso machen das nämlich auch 520.000 anderer Leute, die schon mit Karatbars zu tun haben und rund 10.000 anderer Leute, die bei Karatbars jeden Monat dazukommen. Das heißt, wir starten schon, wenn wir eine eigene Exchange haben, mit einer sehr hohen Anzahl an Mitgliedern und sind natürlich dann auch sehr attraktiv für andere Coins. Die wollen dann bei uns gelistet werden. Und die Listungen kosten auch wieder Geld. Und wo geht dieses Geld als Gebühr hin? Zur Bank. Sehr gut. Und wer profitiert am Profit einer Bank, an unserer Bank? Ihr, die Coin-Inhaber. Ist es gut? Cool. Was machen wir noch? Wir machen den Aufbau und Entwicklung einer eigenen Blockchain. Eine Blockchain hat die Möglichkeit, ist eine Datenbank, die sehr viele Technologien verwalten kann. Unter anderem auch Kundenkonten einer Bank. Auf sehr sicherer Basis ist das wichtig für uns als Bank. Wir können aber auch andere Technologien anbieten, wie zum Beispiel ein Blockchain-Telefon, ein Mobiltelefon. Achso. Ihr habt ja gerade von der App gehört, ne? Die App ist übrigens bei Android schon erhältlich. Man muss sich nur mit seinem Username einloggen. Manchmal geht es nicht. Manchmal schon. Hast du geschafft? Noch nicht? Machen wir nachher. Bei Android schon erhältlich. Bei iOS. Wer hat von euch ein Apple, ein iPhone? Erst nächste Woche Dienstag. Okay. Android ist oft schneller als Apple. Ist halt so. Aber auch da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, ein Blockchain-Telefon anzubieten. Wir haben schon einen Vorvertrag mit Sony gemacht, für ein Blockchain-Telefon, ein Mobiltelefon zu machen. Auch das wird dann in unserer eigenen Blockchain sein. Wenn man jetzt Konten verwaltet und wenn man Kreditkarten verwaltet und wenn man Kryptowährungen in einer Blockchain verwaltet als Datenbank, jede Transaktion, die da passiert, enthält wieder Gebühren. Richtig? Wo kommen diese Gebühren hin? Zu unserer Bank. Wer profitiert davon? Ihr. Wir werden den Ausbau eines eigenen Zahlungssystems machen. Digital und goldbasiert. Das heißt, heute ist es schon so, dass wir nicht nur mit Unternehmen sprechen, wenn wir Zahlungssysteme einführen. Wer von euch kennt zum Beispiel PayPal? Das war vorher mal ein ganz kleines Zahlungsunternehmen, eigenständig, bevor es an einen großen Kunden geraten ist. Ebay. Und dieser Kunde hat dann gleich mal dieses ganze Zahlungssystem gekauft für, ich glaube, 6,8 Milliarden Dollar. Ist es wichtig, ein eigenes Zahlungssystem zu haben? Haben wir das schon? Gold, Cashgold, K-Exchange, KaratPay. Ist das ein eigenes Zahlungssystem? Wir reden auch mit vielen Unternehmen darüber, die Unternehmen, die das als Zahlungssystem anbinden wollen. Warum? Weil es ein einfaches, schnelles, digitales und auch nicht digitales Zahlungssystem ist. Aber das Schöne ist, wir reden im Moment nicht nur mit Unternehmen, wir reden schon mit ganzen Ländern. Das heißt, Länder kommen zu uns abgesandt und sagen, wir wollen eure KaratPay, euer Zahlungssystem bei uns einführen. Weil bei uns ist die Inflation so hoch, unser Volk kann gar nicht mehr dagegen ansparen. Können wir ein Zahlungssystem von euch haben, was funktioniert für ein ganzes Ökosystem? Ist das cool? Gut. Überleg dir jetzt mal, jetzt würde ein ganzes Land uns mit unserem Coin als Zahlungssystem nehmen. Fallen dann Gebühren an? Wo gehen die Gebühren wieder hin? Na ja, sehr gut. Wir haben es ja alles schon. Alles wunderbar. Dann kann ich auch schneller machen. Aufbau und Ausbau unserer Infrastruktur in unseren Goldminen, die wir haben, unter anderem auch in Madagaskar, damit wir viel, viel mehr Gold aus der Erde holen können, als wir das bis jetzt tun. Und dann dementsprechend auch mit diesem Gold handeln können und das Gold natürlich auch verkaufen können. An wen sollten wir denn unser Gold aus unserer Goldmine verkaufen? An uns selbst. Und das Coole ist, können wir sogar, warum? Wir haben einen Coin, der Gold gedeckt ist. Wenn der jetzt Gold braucht, weil sein Wert steigt, wo kriegt der dieses Gold her? Von unserer Bank, die unser Gold hat, richtig? Cool. Trotzdem muss er dafür Gebühren zahlen, auch wenn es weniger ist als normal. Wer kriegt diese Gebühren wieder? Die Bank. Gut, das haben wir alle schon gelernt. Ist das eigentlich cool, eine Bank und eine Goldmine zu haben? Besser als nur eine Bank zu haben, das ist auch schon gut. So. Und natürlich werden weitere Technologien in diesem Bereich folgen. Das heißt, wir haben jetzt schon die Entwicklung für nächstes Jahr und übernächstes Jahr gestartet, dass wir weitere Technologien anbinden an unsere Blockchain. Alles hält natürlich unsere Bank und das, was die Bank hält, bringt Gebühren. Alles, was Gebühren bringt, bringt Gebühren und damit Profit für die Bank. Ganz wichtig schon mal zu merken. Wie oft muss man denn hier klicken, bis es weitergeht? Ah, da. Was sind die Vorteile für unsere Kunden? Das ist das erste Blockchain-basierte Zahlungssystem, besichert mit realen Werten, nämlich mit Gold. Eigene Exchange für Kryptowährungen bei uns. Das heißt, ihr bezahlt weniger Gebühren als normalerweise, wenn ihr Kryptowährungen handelt. Ja, Gas, habt ihr schon mal Gas bezahlt? Bei Kryptowährungen, wird dann weniger sein. Entwicklung und effiziente Erschließung unserer lizenzierten Goldmine. Das heißt, damit partizipiert ihr schon, dass wir im Bereich Goldmine weitermachen und dementsprechend mehr Gold aus dem Boden holen können. Entwicklung unseres Karatbars Bankgeschäft, pausieren auf unserer Blockchain-Technologie. Blockchain ist ein sehr sicheres Instrument. Günstigere Goldpreise als die Konkurrenz, weil wir selber Gold schürfen. Und natürlich geringere Transaktionsgebühren für euch. Sind das gute Vorteile für euch? Digitale Zukunft, weniger Gebühren für euch. Ihr habt eine Bank und eine Goldmine im Hintergrund, ist schon ziemlich cool. Finde ich auch gut. Und geringe jährliche Gebühren für Banknoten und Kreditkarten, die auch noch dazukommen. Das heißt, wenn wir uns dem Fiat-System, dem normalen Währungssystem anschließen, würdet ihr auch noch weniger Gebühren dafür bezahlen, als ihr das jetzt normalerweise tut. Wäre auch okay, oder? Ich habe noch mal eine Frage dazu. Gerne. Dafür haben wir ja die K-Exchange zum Beispiel mit unserem Cashgold. Das ist nicht nur für Händler gedacht, sondern auch für ganze Länder. Wenn sich zum Beispiel jetzt große Händler an K-Exchange anbinden, kann ich mit meiner Kryptowährung in Cashgold digital umwandeln, kann physisches Cashgold nehmen oder mit Cashgold direkt natürlich beim Händler Waren bezahlen. Das ist natürlich geplant, auch schon in Vorbereitung und schon in Umsetzung. Das ist ja unser Ökosystem, was wir haben. Frage beantwortet? Perfekt. Wir haben aufgelegt, den KCB, den neuen Coin mit 50 Milliarden Stück, auf Ethereum-Basis wieder basierend, Mindesteinkauf sind 1000 Stück KCB. Wir haben einen emittierenden Preis von 14 US-Dollar-Cent am Anfang. Durch weitere Boni, aber nur als Karatbars Affiliate, also als einer unserer Leute oder Kunde von euch, könnt ihr runterkommen in Spitzen bis zu 5 Cent, im Moment bis zu 8,2 Cent pro Stück. Das heißt, wer von außen kaufen würde, würde 14 Cent bezahlen, durch euch und ihr bezahlt im Moment 8,2 Cent pro Stück. Ist das gut? Verkaufsargument? Stell dir einen Coin vor, sagst du normal 14 Cent, durch mich 8 Cent, ist doch cool, oder? Finde ich auch gut. So, ich erkläre euch mal, warum ich und der Michael Frank diese Idee hatten zu diesem Coin. Wir haben gesagt, der Goldcoin läuft super, der Goldcoin, der KBC braucht Gold, jetzt haben wir eine Bank mit einer Goldmine, perfekt. Was passiert? Bei jedem Kauf eines neuen KCB sichert die Bank die gekaufte KBC-Menge durch einen Ankauf von physischem Gold ab. Was heißt das? Wenn jetzt die Bank Profite macht, werden 50% der Profite automatisch in einen Goldankauf ausgelöst für den ersten Coin KBC. Verständlich? Das heißt, wenn die Bank in irgendeiner Form Gelder erhält, gehen 50% dieser Gelder automatisch in den Goldkauf für unseren ersten Goldgedeckten Coin KBC. Was passiert, wenn wir jetzt ankündigen, dass wir automatisch Gold gekauft haben und dem dem KBC, dem ersten Coin, gutschreiben? Was passiert mit dem Wert des ersten Coins? Der steigt. Mehr Gold da, mehr Sicherheit in dem Coin drin, heißt, mehr Leute wollen den Coin haben, die gehen zur Exchange, kaufen den Coin, der Wert steigt. Richtig? Sehr gut. Wenn die Bank das Gold ankauft oder verkauft, steigt auch der Wert des KBC-Coins, habe ich euch gerade erklärt. Das heißt, die Bank schiebt Gold in den KBC-Coin rein, der Wert des KBCs steigt. Allerdings erhält die Bank beim Kauf des Goldes oder beim Verkauf des Goldes eine Gebühr. Diese Gebühr steigert wieder was? Gebühren kommen wohin? Zur Bank? Steigert den Profit der Bank. Wenn der Profit der Bank gesteigert wird, was passiert mit 50% des Profites von der Bank? Wird Gold gekauft für den ersten Coin KBC. Was passiert mit dem Wert des KBC? Der steigt. Wenn der Wert des KBCs steigt, braucht er wieder mehr Gold, weil mehr Gold hinterlegt werden muss. Richtig? Wenn er mehr Gold braucht, wo geht er hin? Zur Bank. Der kauft da günstig am günstigsten Gold ein. Er muss trotzdem Gebühren bezahlen. Wenn die Bank wieder Gebühren erhält, was passiert? 50% der Gebühren des Gewinns gehen wieder in automatischen Kauf des KBCs. Was passiert mit dem Wert des KBCs? Steigt. Wenn der Wert des KBCs steigt, braucht er mehr Gold. Wo kauft er das Gold? Verstanden? Perpetuum mobile. Das war die Idee dahinter. So etwas zu kreieren, wo automatisch bei jeder Transaktion in beiden Coins beide Coins steigen. Aber die Bank hat ja nicht nur den Gold an und verkauft, sondern sie hat ja auch die eigene Exchange. Sie hat auch Konten in Zukunft. Sie hat auch Kreditkarten in Zukunft. Sie hat Digitalwährungen in Zukunft. Wo immer gehandelt und jeden Tag, jede Sekunde Transaktionen entstehen. Bei jeder Transaktion entstehen wieder Gebühren. Wo gehen die Gebühren hin? Zur Bank. Das heißt nicht nur durch das Gold, sondern auch bei jeglicher Transaktion, die über die Bank läuft, sei es jetzt durch den Kauf unseres eigenen Bankcoins, KCB, geht der Bankwert hoch. Aber auch bei jeder Gebühr, bei jeder Kreditkartenabhebung, bei jedem Kauf einer Digitalwährung über unsere Exchange, bei jedem Ankauf von Gold über unsere Goldmine, bei jeder Transaktion, die mit dieser Bank zu tun hat, geht wieder Gebühren an die Bank. 50% des Profits wieder rüber zum KBC und das Perpetuum mobile bewegt sich. Also, alles das, was mit der Bank zu tun hat, lässt den KBC, den goldgedeckten Coin steigen. Alles das, was mit Profit der Bank zu tun hat, wenn wir nächstes Jahr 250 oder 300 Millionen Profit in der Bank haben, was meint ihr, was passiert mit dem Wert des Bankcoins? Der steigt. Richtig? Das heißt, seht ihr, egal was passiert, in einem dieser beiden Coins, beide Coins steigen gleichzeitig. Wird der KBC gekauft, ist der KBC mehr Wert, braucht mehr Gold, geht zur Bank. Die Bank hat Gebühren, der Bankprofit steigt, der KCB steigt. Mehr Profit für die Bank, mehr Gold für den KBC, mehr Gold durch die Bank benötigt, Gebühr steigt, Profit steigt, KCB steigt. Mensch, ich fussel mir gerade, KBC, KCB, egal was ihr tut, beides steigt. Wer von euch KBC gekauft hat, müsste jetzt eigentlich genauso viel KCB kaufen. Warum? Weil er dann seine eigene Investition absichert. Ich kaufe KCB, der Wert des KCB steigt, der Wert der Bank steigt, Infrastruktur wird geschaffen, eigene Exchange wird auf den Markt gebracht, Blockchain ist gegründet. Wert der Bank steigt, heißt Wert des KCB steigt, richtig? Profit der Bank, 50 Prozent, zack, in meinen KBC rein. Mein KBC steigt. Das heißt, wer mich vorhin gefragt hat, wie macht ihr das denn, dass der Wert des KBC auf der Exchange steigt? Wir verkaufen KCB, damit steigt der Wert des KBC, verstanden? Mensch, clever gemacht. Ja, haben wir. Das heißt, dadurch, dass der KCB, unser Bankcoin, noch viel, viel größer und werthaltiger ist, die Bank wird nämlich einbewertet mit 3,5 Milliarden US-Dollar, bei 50 Milliarden Coins haben wir einen Grundwert von 7 Cent, im Moment verkaufen wir für 14 Cent und das noch ein Jahr lang. Das heißt, unsere Bank ist sogar noch viel, viel mehr wert als der erste Coin, der nur Gold gedeckt ist, weil alles, was die Bank tut, wird die Dimensionen einer Bank sprengen. Die erste und größte World Crypto Bank. Warum? Weil wir Krypto annehmen, weil wir Cashgold damit handeln, weil wir eine eigene Goldmine haben und jetzt schon 100 Millionen Stammkapital haben. Welche Bank kann das als Start-up vorweisen? Keine. Das heißt, wer von euch clever ist und KBC gekauft hat, sollte über KCB auch nachdenken. Denn der Coin wird A später mehr wert sein, B wird er werthaltiger für euren KBC sein, weil alles, was ihn an Wert steigern lässt, lässt auch euren KBC an Wert steigern. Okay? Das war's. 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 Das war's.